Was geht ab Leute, Zane ist wieder da, heute mit meinem Top Link Guide zu Arthrocks Klinge der Düstere. Kommen wir erst einmal zu seinen Fähigkeiten. Da hätten wir zuallererst eine passive Blutbrunnen. Immer wenn er eine Fähigkeit macht, fühlt er sich seinen Blutbrunnen auf, zu sehen unterhalb der Lebensanzeige. Wenn diese Anzeige komplett aufgefüllt ist, erhält er für 4 Sekunden zusätzlicher AD und zusätzlicher Angriffstempo. Wenn er während dieser Zeit Minions oder Gegner angreift, fühlt sich seinen Blutbrunnen weiter auf. Und wenn er innerhalb dieser Zeit dann auch noch stirbt, wird er einfach fucking wiederbelebt. Ich meine, als ob das der Rest nicht schon genug wäre. Ganz ehrlich, fucking insane. Kommen wir nun zu Arthrocks Q. Das ist so ähnlich wie eine Kombination aus Alistars Headbutt to Pulverize Combo. Arthrocks springt nach oben und springt auf das Zielfeld, das wir ausgewählt haben. Wenn sich innerhalb dieses Zielfelds gegnerischer Champion befindet, wird dieser genock-upped. Was ganz interessant ist, dieser Spell ist nicht aufhaltbar. Das heißt, man kann auch nicht irgendwie durch CC oder sowas abbrechen. Dann hätten wir dann auch seine W-Fähigkeit und diese hat gleich zwei Effekte, die wir auswählen können. Bei jedem dritten Angriff, den Arthrocks verführt, heilt er sich oder macht Bonus Damage. Je nachdem, was wir ausgewählt haben. Mit Blutdurst zum Beispiel heilt er sich bei jedem dritten Schlag. Wenn wir aber jetzt den gegen W drücken, seht ihr hier unten, haben wir Blutzoll ausgewählt und machen Bonus Damage. Seine E-Fähigkeit sieht jetzt nicht besonders toll aus, aber ist wirklich, wirklich stark. Und zwar haben wir hier, schießen wir in einer geraden Linie von seinem Schwert eine Energiesalve los, welche zum einen die Gegner schädigt, zum anderen aber die Gegner auch verlangsamt. Diese Fähigkeit ist wirklich sehr schön in der Laning Phase zum Last Hit. Kommen wir nun zu seiner ultimativen Kraft und zwar Massaker. Arthrocks explodiert. Je mehr Gegner er in dieser Explosion trifft, desto mehr wird sein Blutbrunnen aufgefüllt. Aber das ist noch lange nicht alles, nein. Denn in dieser Zeit kriegt er für 12 Sekunden erhöhten Attack Speeds, was auf Max Level fucking Insane 60% sind und dazu zusätzlich auch noch Attack Range. Schauen wir uns das ganze einfach mal an, dann wisst ihr was ich meine. So stellen wir uns das jetzt einfach mal mit ein paar vor allem Attack Speed Items vor, dann haben wir den Attack Speed Straight From Hell. Was ich euch anraten würde, immer zuerst E-Maxen. Damit haben wir einfach gutes Last Hit Potential auf der Lane, können ein bisschen harassen und auch in schwierigen Match-Ups können wir dadurch leichter bestehen. Danach maxen wir die W, damit wir einfach einen schöneren Lebensraub und mehr Damage dazukriegen. Ganz am Ende dann noch die Q. 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 Mo. Q. Da diese einfach im Grunde nichts sehr viel bringt, außer ein bisschen weniger Abklingzeit, bleibt aber ansonsten immer derselbe Effekt. Natürlich die Ultimaxen wir immer dann, sobald es geht. Als Beschwerer Zauber würdet ihr euch immer raten, Flash und Teleport zu nehmen. Flash, so oder so, gang und gäbe. Und Teleport ist auf der Top-Lane ein sehr, sehr guter Spell, mit dem ihr einfach Split-Pushen könnt, was mit Arthrox sehr, sehr gut funktioniert oder auch mal eure Teammates bei Dragon- oder Baron-Fights unterstützen könnt. Falls ihr aber auf ein richtig, richtig einfaches Match-Up trefft, könnt ihr es auch mal mit Ignite versuchen. Versuchen möglichst viele Kills auf der Lane zu kriegen und somit das Spiel zu carry. Doch welche Items sollen wir denn jetzt eigentlich auf Arthrox bauen? Naja. Für den Start meistens nehme ich Dorans Klinge, damit ich einfach noch ein bisschen mehr Lane Sustain habe und ein bisschen mehr Damage habe, weil ich mit Arthrox in der Early Phase relativ viel traden will. Wenn ich aber ein hartes Match-Up habe oder einen Gegner habe, der mich gut poken kann, ist auch Doranschild eine gute Alternative. Tränke? Klar. War Trinket? Logisch. Als Kern-Items fungieren hierbei Klinge des gestürzten Königs. Dadurch erhöhen wir einfach nochmal unsere Attack-Speed und zerschnetzeln tankige Gegner wie nichts. Wie geschnitten Butter. Dann haben wir noch Windsor's wo Rage-Blade, je nachdem ob ihr Deutsch oder Englisch spielt, wie auch immer, das momentan wirklich richtig krass ist. Und vor allem auf einem Attack-Speed-Champ wie Arthrox. Einfach nur mega. Und auch, ganz ehrlich, die Fähigkeitsstärke ist nicht in irgendeiner Form gewastet. Claro, Arthrox ist eigentlich ein AD-Champion, aber seine Ulti macht immerhin sehr, sehr guten AP-Schaden und skaliert dadurch auch mit dem Fähigkeitsstärke der Wutklinge. Als Schuhe können wir in den meisten Fällen die Attack-Speed-Schuhe nehmen. Wenn wir aber sehen, wir fallen behind oder wir brauchen wirklich noch ein bisschen Tankiness, weil der Jungler vielleicht einfach einen Carry-Jungler spielt, können wir auch die Mercury-Treads oder die Ninja-Tabis nehmen. Arthrox hat eine Menge Magie-Resi-Items, die er benutzen kann, falls man doch mal tanky werden muss oder das gegnerische Team Doppel-AP spielt. Hier würde ich auf jeden Fall Geistessicht weit, weit hervorheben. Weil mit Geistessicht, im Grunde kann man es eigentlich auch schon als ein Kern-Item sehen, weil mit Geistessicht steigern wir unsere Heilungen. Das heißt, unser Lebensraub wird stärker. Ihr müsst euch einfach mal diese Insane-Kombo vorstellen. Wir haben sehr, sehr viel Attack-Speed, kriegen jedes Mal Lebensraub, haben vielleicht noch Lebensraub-Items wie zum Beispiel hier Klingel des gestützten Königs. Ups, AFK-Warnung. Und dann wird diese Heilung auch noch verstärkt. Klick. So. Rüstung kann er auch einige gute Items benutzen. Hier würde ich auch wieder Schutzengel hervorheben. Einfach dadurch, dass wir dann diesen Double-Revive haben. Einmal durch unsere passive, einmal durch Schutzengel. Wir können fucking zwei Mal aufstehen. Wir leben drei Mal. Und auch bei den offensiven Varianten hat er eine Menge, Menge, Menge Optionen. Auch hier können wir es, wenn wir es ganz hart übertreiben wollen, Blutdürste nehmen. Dann haben wir den Lebensraub der Hölle und sterben eigentlich nie, nie wieder. Das würde ich euch aber nur raten, wenn ihr wirklich schon gut gefeedet seid. Für brauchbaren Items relativ normal, standardmäßig nichts besonderes. Deswegen gehe ich hier auf weiter nicht ein. Bei den Runen setze ich auf Präzision und Entschlossenheit. Damit ich einfach einen guten Mix aus Damage und Sustain habe. Vor allem in der Lane. Bei Präzision wähle ich Press the Attack, Triumph, Alacrity und Coup de Grace. Gerade Alacrity synergiert perfekt mit Arthrox. Bei der Entschlossenheit nehme ich bei Arthrox die Eisenhaut. Da bei Arthrox dauerhaft die 5% mehr Rüstung proggen und Revitalize. Wodurch ich einfach nochmal mehr Heilung durch meinen Lebensraub bekomme. Dadurch bin ich einfach unaufhaltsam. Ich mach Schaden, ich krieg Heilung. Ich mach Schaden, ich krieg Heilung. Ich mach Schaden, ich krieg Heilung. Komm mit halbem Leben rein, habe aber gleich wieder volles Leben. In der Laning Phase ist Arthrox sehr sehr stark, einfach durch seinen Sustain. Man versucht in der Laning Phase mit Arthrox relativ häufig zu traden, weil man meistens die Trades gewinnt. Und selbst wenn man etwas mehr Schaden frisst als der Gegner, kann man sich recht schnell wieder hochheilen. In den Teamfights ist es Arthrox Aufgabe an den Carries zu kleben und diese auseinander zu nehmen. Die stärkste Zeit für Arthrox ist das Mid-Game. Sein Early ist zwar auch relativ stark auf der Lane, er kann aber jedoch durch viele Champions ausgecountert werden. Im Late Game fällt er leider etwas ab, wenn er nicht gerade hart gefeedet ist. Die Counter wird Arthrox zum Beispiel durch Champions wie Malfite, durch seine Tankiness oder Garen durch seinen starken Early-Game. Dafür ist Arthrox aber sehr sehr stark gegen Champions, die keine gute Laning Phase haben. Gerade sowas wie Mundo, Swain oder Kyle. Arthrox ist ein Champ, der wirklich sehr sehr viel Spaß machen kann. Auch wenn er im momentanen Meta keinerlei Beachtung bekommt, macht er mir persönlich trotzdem sehr sehr Spaß und ich halte ihn immer noch für sehr sehr stark. Es ist einfach ein geniales Gefühl und die Katze läuft durchs Bild. Wenn man in die Gegner reinspringt und einfach mit gefühlt 2000 x Tag Speed durch die Gegner schnesselt. Vom Gefühl erinnert mich das so ein wenig an diesen Sumoringer aus Street Fighter, der immer mit seinen Händen so schnell zugeschlagen hat. Ungefähr so ist es vom Feeling her. Ich hoffe dieses Guide hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo, einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da. Und verzeiht mir bitte, dass es hier hinten noch ein bisschen schlimm aussieht. Wir sind erst vor kurzem hergezogen und da ist noch vieles in Kisten, vieles noch nicht verräumt und für alles haben wir noch keinen Platz gefunden. Auf jeden Fall wird das unser Zirka-Paradies. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao!